Am 14. Juni letzten Jahres ging ich auf die Strasse, weil die Arbeit der Kita-Angestellten und die familiärgänzende Kinderbetreuung generell mehr Wertschätzung gebraucht. Die Angestellten von der Kita leisten viel und verdienen bessere Arbeitsbedingungen oder ganz konkret einen anständigen Lohn. Die Corona-Krise hat gezeigt, eine Gesellschaft und eine Wirtschaft ohne Kinderbetreuung funktionieren nicht. Das muss jetzt konkrete Folgen haben. Die Politik muss endlich Verantwortung übernehmen. Es braucht mehr Gelder der öffentlichen Hand, bessere Arbeitsbedingungen für Kita-Angestellte, z.B. mit einem Gesamtarbeitsvertrag und tieferen Elternbeiträge zur Entlastung der Familien. Kitas sind wichtige Player in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Das Potenzial wird in der Schweiz leider immer noch verkannt. Es braucht ausgebildetes Personal für Kinderbetreuung und eine wesentlich bessere Betreuungsschlüssel. Mit der Ausbildung und Erziehung ist ein zweites Puls. Die Beziehung hat ein bester Mehrteil für Kinderbetreuung und Erziehung. Vielen Dank.